Gönnen Sie Ihrem Fahrzeug einen Beauty- und Wellness-Tock beim Ford Tanna. Ihr Fahrzeug wird innen und außen perfekt gereinigt, damit die Oberflächen und der Lack länger gut ausschaut. Und ein kleiner Tipp von mir, so eine Aufbereitung passt perfekt, wenn Sie Ihr Fahrzeug weitergeben wollen. Denn der erste Eindruck zählt.